moin moin matrosinnen und matrosen hier ist der klabauter mann und ich glaube ich stehe im wald ganz besonders schöne grüße auch an meinen neffen den liam der hat sich mit einem minecraft problem an mich gewendet und zwar war er im nether unten und hatte sich dann irgendwann verfranst hatte also irgendwann gesagt vermalledeit ich weiß nicht mehr wo mein nether portal steht und war dann aber so clever dass er im gepäck obsidian und flint und steel dabei hatte und konnte sich damit einfach ein neues nether portal bauen und ist so zumindest mal wieder zurück in die oberwelt gekommen und steht da jetzt aber genauso im wald wie ich jetzt hier in diesem beispiel also das ist nicht sein spiel das ist meins ich habe das einfach mal ein bisschen nachgebastelt und fragt sich mist 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 wie komme ich denn jetzt nach hause wo ist denn mein zu hause und das ist oft gar nicht so einfach zu finden ich versuche jetzt mal ein paar ideen dir mitzugeben lieber liam wie du dich in so einer minecraft welt ja zurechtfinden kannst gerade wenn du aus dem nether zurück kommst weil ja es ist es nicht so einfach jeder punkt auf dieser welt also das wo ich hier drauf stehe jeder punkt hat eine eindeutige koordinate wenn du f3 drückst siehst du in der mitte auf dem linken rand steht x y z das sind bei mir eine ganz große zahl 1363 und dann die 181 ein stückchen weiter rechts steht und du siehst wenn ich mich durch die welt bewege dann ändern sich die zahlen die dabei x y z stehen so dass jeder punkt eine ganz eigene zahlen kombination hat und wenn du dir aufgeschrieben hast wie die zahlen kombination von deinem ja von dem startpunkt ist oder von dem punkt wo du dein haus gebaut hast diese x y z zahlen wenn du dir die aufgeschrieben hast dann kannst du mit diesen koordinaten wieder zurückfinden ich weiß das ist arg schwer aber f3 wäre da quasi die eine hilfe und du musst es halt aufgeschrieben haben es also vielleicht eher was wenn du den weg nach hause gefunden hast dann denk mal dran dir diese x y z zahlen aufzuschreiben dann kann wahrscheinlich wenn der papa oder die mama dir hilft die verstehen das oder die könnte das zeigen wie das mit den koordinaten funktioniert das lässt sich in seinem video jetzt nur ganz schwer erklären und ist wahrscheinlich eigentlich für den jungen in deinem alter auch noch zu schwer deswegen gibt es noch eine zweite variante wie du eine chance hast wieder zurückzukommen die wird dir aber nicht gefallen dann brauchst du nämlich am besten an dem ort wo du rausgekommen bist eine kiste und tust all deine tollen sachen die du im nether gefunden hast oder die du sowieso schon gefunden hast auch das tolle schwert auch die tolle rüstung auch den obsidian und flinten stil tust du alles in diese tolle in diese kiste rein und dann suchst du dir irgendeinen ort wie zum beispiel den tümpel da unten wurde unter wasser kommen kannst und wo du sterben kannst wenn du nämlich in deinem haus ein bett gebaut hast so wie wir das als wir mit minecraft einmal angefangen haben wie wir das gelernt haben und in dem bett auch schon geschlafen hast dann kommst du wenn du stirbst ja immer zurück zu diesem bett und jetzt fängt er an zu ertrinken und das wollen wir auch von daher ist das gar nicht weiter wild und die herzchen werden immer weniger und wenn er stirbt genau wie wenn irgendwie ein ganz tiefes loch fällt oder so dann wacht er im bett wieder auf das ist in minecraft ja so geregelt das heißt du hast dann deine heimat wiedergefunden aber du musst dann die sachen wiederfinden jetzt finde ich hier auf respawn klicke dann tauche ich mein bett wieder auf da das ist bett und dann kann ich von da aus noch mal in den never gehen und kann dann schauen finde ich vielleicht doch den weg zu dem anderen portal noch weiß ich noch wo ich lang gegangen bin also ich habe bei meinem portal habe ich eine mauer drum herum gebaut und sorgt dafür dass da keiner mir das portal kaputt machen kann und ich mache das so wie wir zwei das auch mal in dem in dem einen minecraft spiel in der wüste gemacht haben wo wir diese riesige mine in der wüste gefunden haben ich stelle mir immer fackeln hin also ich gucke wo bin ich wo ja wo komme ich her sehe ich die letzte fackel noch und wenn die letzte fackel am horizont ist stelle ich hier eine neue hin oder auf solche türmchen stelle ich eine drauf dass das wie so ein leuchtturm ist und dass ich quasi immer wenn ich die eine fackel hier gefunden habe dann blub finde ich die nächste und von daraus finde ich die nächste und dann finde ich wieder nach hause das mache ich auch im nether damit ich da immer zum nether portal zurück finde und so finde ich jetzt auch den weg den ich gegangen bin wieder und manchmal kann man sich so erinnern kann sich ja hier habe ich mich doch durch die wand durchgegraben genau da war dieser ganz schmale grad und jedes stück habe ich gegraben das erinnere ich mich dann wenn ich es noch mal gehe und dann war ich an dem ziel und dann war da unten diese festung aber ich bin erst mal oben lang gegangen und dann weiß ich noch dafür irgendwie so ein lavawasserfall und irgendwo und jetzt dann sehe ich habe ich eine brücke gebaut und ja da ist auch der lavawasserfall und dann kann ich mich vielleicht erinnern ich bin da oben runter gefallen und kann versuchen da wieder nach oben zu kommen weil da muss es dann jetzt zurückgehen zu meinem nether portal ich habe jetzt hier einfach irgendwann aufgehört durch nether zu gehen und habe da das notausstiegsportal hingebaut und wenn man da dann durchgeht und das dann wiedergefunden hat dann hat man auch seine kiste mit den wertvollen sachen wiedergefunden und kann die dann auch wieder anziehen und hat die möglichkeit einfach wenn man dann unten im nether ist sich da ja den weg zum portal wieder ordentlich zu markieren und dann muss man in der oberwelt muss man gar nicht ja das zu hause suchen sondern kann sagen ich mache das dann einfach in der unterwelt und lauf da wieder zurück das ist jetzt natürlich wenn du das nicht gemacht hast ist es auch knifflig aber oft ist es so wenn man den weg den man schon mal gegangen ist dann wieder vorwärts geht also ich gehe jetzt rückwärts wenn man ihn wieder vorwärts geht dann erinnert man sich noch an sachen und wenn man schön die fackeln gesetzt hat ist der rückweg ganz einfach immer von dieser fackel zur nächsten fackel zur nächsten fackel da hinten sehe ich noch eine fackel da wo es das kreuz ist dann ist da unten eine dann ist da hinten eine also wenn man sich immer schön solche orientierungs fackeln stellt da ist meine brücke mit der fackel und da hinten sehe ich schon mal einen leuchtturm wenn man sich immer schön solche fackeln hinstellt dann findet man auch wieder zurück ich weiß das ist nervig wenn man den nether erkunden geht und alles ist ganz aufregend und alles ist hat endlich geschafft man darf endlich runter man kann endlich den glowstone da oben abbauen oder kann auf die suche nach den nether warzen gehen aber es lohnt sich sich eine spur aus brotgruben zu legen so und dann bin ich mit meinen tollen sachen die schon alle gefunden oder mir gebaut hatte bin ich dann wieder zurück in meine heimat und kann dann da weiterspielen wo ich angefangen habe ich hoffe es hilft dir ich hoffe auch wenn euch zuschauern noch irgendwas einfällt was ich jetzt nicht über ja nicht was ich einfach die wusste oder wo ich nicht daran gedacht habe wie der liam zurückkommen kann an seinen ausgangs ort dann schreibt das gerne in die kommentare da freuen wir uns beide drüber sowohl liam als auch ich und ansonsten ja liam ich hoffe du findest damit dich zurecht du findest damit den weg nach hause wenigstens vielleicht ohne die sachen so dass du die in die kiste tust und wenn wir das nächste mal zusammen sitzen und minecraft spielen dann können wir gerne mal schauen ob wir das mit den koordinaten irgendwie hinkriegen aber ich muss gestehen das ist für jemanden der noch nicht so arg lange in der schule ist ist das ganz schön kompliziert mit koordinaten aber ja wir können ja mal schauen ob es ob wir es hinkriegen weil dann kannst du sobald du jetzt zu hause bist noch mal f3 drücken schreibst du die drei zahlen die bei xyz stehen schreibst du dir auf und dann hast du das zumindest mal auf dem blatt papier stehen und wenn du dich noch mal verläufst dann kannst du im zweifelsfall mama oder papa fragen ob sie dir helfen mit den koordinaten wieder nach hause zu finden okay soviel für heute auch wenn du auf f3 drückst und willst es wieder weg haben dann drückst du einfach noch mal f3 ja soweit heute ich freue mich über eure kommentare ich freue mich wenn du wieder nach hause findest liam ich sage macht's gut habt einen schönen tag der klappautermann